Ich heiße Robin Thompson und bin Journalist, Umweltaktivist, ein Krieger des Regenbogens. Das hier ist meine Geschichte über unseren wahnsinnigen Versuch, die Welt zu verändern. Ich tue es wirklich! Vancouver, Anfang der 1970er Jahre. Menschen, die Wale retten, die ihr Leben für Wale aufs Spiel setzen. Das ist eine Story. Absolut irre. Völlig bescheuert. Wie weit wollen Sie diesen Tierfanatismus denn noch treiben? Ich find's großartig. Bin dabei. Nichts lockt verrückte Menschen mehr an, als eine wahnwitzige Idee. Das Ye-Jing! Das 19. Hexagramm! Es ist fantastisch! Und was heißt das genau? Tja, gute Frage. Kein Hippie-Dippie-Scheiß auf meinem Schiff. Ei-Captain. Kein Koks, kein Heroin. Ei-Captain. Und keine Orgien. Bestimmt finden wir eine Übereinkunft, oder? Dann mal rein in die Hölle. Das Schiff da! Das kommt direkt auf uns zu! Ein herrlicher Tag, um zu sterben! Nein, 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 nein! Nur den Mutigen gehört die Welt. Heilige Hafenhure, wo bin ich hier gelandet? Operation Ahab. Ein Live-Hörspiel. Am 18. August Open Air in den Mainzer Kulturgärten am Schloss. Eine Produktion der Hörspielgruppe Minenspiel. Willkommen an Bord!